Weiter geht's mit Nino Kuni für die Playstation 3, ich bin's wieder Nanocard und wir machen uns jetzt auf den Weg ins Hotel, nachdem wir den Gemüsedieb geschnappt haben, den fiesen Höllenhund, das war übrigens schon ein sehr schwerer Kampf gewesen, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Höllenhunde doch so viel aufhalten, da war ich froh, doch ein bisschen weiß. Brot im Wald gefunden zu haben. Brot im Wald, wir sind sehr stolz auf unsere fröhlich warmen Betten und hoffen, dass sie euch ebenso sehr gefallen. Vielen Dank. Hä? Sieh nur, dein magischer Begleiter, irgendwas hat sich verändert? Ah, das nenne ich nützlich, die Erinnerung aller Reisenden, die hier abgestiegen sind, haben ihn wieder ein wenig ergänzt. Na sowas, damit hätte ich nicht gerechnet. Wieso nicht zum Kuckuck? Schließlich ist das ein richtig mächtiges Zauberbuch. Wir übernachten besser in so vielen dieser Buden wie möglich, was? Tja, schätze schon. Du hast eine neue Seite der Regionen der Welt erhalten. Sehr gut. Was? ening, was Facebookstallo in die Tür parksteller? Wie ich nicht gerne看看s, was bin ich im Namen? Wie Michaela Brasilien, ist das? Wie war's das? Guten Morgen, junger Mann. Und was für ein Miaus neben schöner Tag heute ist. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wunderbar, ihr möchtet gewissen Miaus brechen. Wenn ihr Miau auf eurer Reise an einen Katzenkorb vorbeikommt, dann übernachtet doch wieder bei uns. Danke, Gnäste. Bis bald. Gut, Olli. Zurück zum Eulenladen, okay? Okay. Warte mal. Oh, ihr werdet manuell gefragt, ob ich speichern möchte. Na, das machen wir doch glatt. Das gute Tröpfchen umgekippt. So, hier können wir auch nichts mehr stibitzen. Deswegen raus aus dem Laden. Okay, los geht's. Da geht's wieder nicht lang. Muss ich erst hier. Wenn man diesen Stapfen vollkommt, dann bestimmt zum Chef. Ach, hier sieht man auch, wer die Probleme hat. Die gute Dame hat sie, zum Beispiel. Wir hören uns erstmal an, was sie zu sagen hat. Meine Güte! Wo sind die kleinen Racker denn nun schon wieder hin? Stimmt etwas nicht? Meine Jungs, die drei laufen dauernd weg und kommen nicht nach Hause zurück. Ich weiß, dass sie nur spielen, aber ich habe Angst, dass sie sich wehtun könnten. Sie sorgen sich sehr um sie, oder? Das stimmt. Und heute sind sie noch zu spät dran als sonst. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Ach, Mütter haben's einfach nie leicht. Egal, was passiert nicht. Hast du vielleicht ein bisschen Zeit? Könntest du nach meinen Jungs suchen? So, willst du der Mutter helfen? Das gibt drei Stempel! Es tut mir leid, dass ich dich damit belästigen muss, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn du mir Bescheid geben könntest, für den Fall, dass du sie findest. Na klar. Da gehen wir dann auf jeden Fall auch nochmal nachschauen. Werden wir uns jetzt erstmal die Klamotten holen, dann werden wir der Mutter helfen, die Kinder zu finden. Drei Kinder, die hier irgendwo in der Stadt verstecken. Bist du eins davon, oder sehe ich dich auch auf der Karte? Ich spreche aber mit dir. Ja, oh meia, in welchen Krug habe ich ihn schnurgelegt? Stimmt etwas nicht? Mein kursbarer Schand, ich weiß nicht mehr, in welchen Krug ich ihn versteckt habe. Oh, das ist ja schlimm. Was für ein Schatz ist es denn? Der rote Ohrring meiner Großmutter hat eine miese ausnehmende schöne Farbe. Könnt ihr mir vielleicht zu Pfote gehen und beim Suchen helfen? Ein Junge hat mir... Ja, die hat also ihr in einem Krug was verloren. Wirklich? Mir ausgezeichnet. Es ist in diesen Krügen, die überall in der Stadt zu finden sind. In einem der Krüge, sagst du? Lass mich nur machen. Du bist ein wahren Gentleman. So, und jetzt will er mit der guten Dame hier reden. Huhu, da bist du, huhu. Ja, mein Lieber. Es wird dich sicher freuen zu hören, dass deine Kleiner fertig sind. Schick. Probier sie ja meist gleich an, Olli, ja? Klar. Ich hole sie für dich, mein Lieber. Warte hier, ich komme gleich zurück. Ja, vielen Dank, lindige Frau. Wie, oder? Oh, oh. Ich habe mir das Gefühl, dass du es nicht mehr anstellt hast. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ist das nicht ein bisschen... Ach, Quatsch. Ist das nicht ein bisschen albern? Ich meine ja nur einen Umhang. Was soll das denn heißen, mein Lieber? Passt, passt wie die Faust aufs Auge. Vielen Dank. Wifel kostet das? Huhu, die alten Sachen. Reden doch kein Ohr. Huhn sind. Du, huhu, tust, huhust mir einen großen Gefallen, wenn du, huhu, mir den Kram abnimmst. Wirklich? Sind sie sicher? Huhu, huhu, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt etwas genäht habe. Es war ein Heidenspaß, Liebling. Mach dir keine Gedanken darüber. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du, huhu, hin, huhu, und wieder etwas bei mir einkaufst. Würdest du, huhu, das du, huhu, mein Lieber? Ja, natürlich machen wir das. Vielen Dank. Was für ein Glück, Olli. Wir sind dem Laden wohl einen oder anderen Besuch schuldig. Auf jeden Fall. Du erhältst eine Reisekleidung. Und, wo du jetzt schon so schnick angezogen bist, können wir rüber zum Palast? Schick, Zeit, den König zu besuchen. Hm? Ich bin ein bisschen aufgeregt. So, vielen Dank. Oma. Oh, was ist denn hier versteckt? Magische Kiste wieder mal. Die Tour scheint durch Magie verschlossen zu sein. Die zweite Magische Kiste, und ich kann sie immer noch nicht öffnen. Wir schauen uns mal, was sie hier zu sagen hat, deswegen lesen wir das nicht mehr. Das ist halt dieser Kundentext, ganz normal, wenn einer jetzt in den Laden hier kommt, deswegen brauchen wir das nicht. Hier kann man sich Sachen kaufen für Magie zum Essen, aber der bekommt solche Sachen noch nicht hier. Später vielleicht zartes Fleisch hätte er gern. Danke für euren Besuch, bis zum nächsten Mal. Okay, diesen Text dann, wenn ein Laden besitzt hat, zum zweiten Mal, werde ich nicht sprechen, beziehungsweise vielleicht ganz normal vorlesen. Das ist halt jemand dieser, so wie beim Reise-Express. So, wir sollten zwar jetzt in den Palast gehen, aber hier, du bist doch ein Kind. Äh, mhm, mhm. Okay. Ich freue mich, wer auf den Namen gekommen ist und warum dieser Laden Boutique heißt. Das ist die Dame mit dem Ring-Problem. Ähm, ja. Okay. Und da ist er drin. Wird er sein. Ich würde jetzt auch gerne... Okay. Nein, jetzt ist er da doch schon durchgegangen. Ich wollte da vielleicht noch gar nicht durch. Ach, hier geht es eben noch weiter. Das heißt, wir haben schon mal zwei von drei Quests gefunden. Was jetzt bei der dritten war, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das hier der Palast und ich finde keine Kinder, die sich hier versteckt haben. Eine versteckende Kinder. So, erstmal gehen wir hier durch. Oh, die Wache will was. Tum, Entschuldigung, aber jeder im Palast ist damit beschäftigt, den roten Hering des Königs zu suchen. Okay, reden wir nochmal mit ihm. Willkommen im Katzbuckel. Diese Straße führt zum königlichen Palast. Ihr seid Reisende, nehme ich an. Eindeutig in dieser Kleidung. Ja, wir sind hier, um den König zu sehen. Ah, ihr sucht um eine Audienz bei König Tom, richtig? Ich würde euch ja zu gerne durchlassen. Aber ich fürchte, das geht zur Zeit leider nicht. Hä? Aber warum? Ein unglücklicher, ein unglückseliger Diener des Königs hat den geliebten Fisch seiner Miaustät Miaustät in den Burggraben entwischen lassen. Dieser rote Hering ist der ganze Stolz des Königs und außerdem eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Ich bezweifle, dass diese Miaustät den Fisch ersetzen könnte. Als er ihn, sollte er nicht mehr auftauchen. Ich weiß nicht, was sich dieser Diener dabei gedacht hat. Das heißt jedoch, dass alle im Palast gerade damit beschäftigt sind, den roten Hering zu suchen. Kommt lieber ein anderer mal wieder. Oh, na gut. Was sollen wir jetzt tun, Tröpfchen? Der Burggraben, hat er gesagt. Hm, wenn es mich nicht alles täuscht ist, der Graben mit ein paar von den Flüssen verbunden, die durch die Stadt fließen. Du denkst, er könnte bis in die Stadt geschwommen sein? Schon wirklich? Ja. Warum fahren wir nicht mal ein wenig um? Ein paar Teile, für alle Fälle. Kann ja nicht schaden, oder? Stimmt. Oh, ich hoffe, wir finden diesen roten Hering-Tröpfchen. Ich auch, Olli. Dann lass uns mal anfangen oder angeln gehen. Anfang angeln zu gehen, wollte ich natürlich sagen. So, also der Katzenkönig mit dem Namen Tom sucht seinen roten Hering, der bestimmt nicht Jerry heißt. Was haben wir denn hier? Ein Bündel Gegengift in einem zwielichtspaltigen Gefäß. Da ist die Katze mit dem verlorenen Ohrring, die nicht mehr weiß, wo sie ihn abgelegt hat. Und wir suchen immer noch fiese kleine Kinder, die sich versteckt haben vor der Mama. So, Entschuldigung, die Katze mit den starrenden Augen. Die gulden, aber hier sind drei Töpfe noch. Das wäre natürlich praktisch, aber hier läuft nicht mehr einer. Muss ich die vielleicht alle anklicken? Das ist also... Eine grüne Kiste ist hier in diesem Haus. Dann klopfen wir doch mal an, ob wir hier rein dürfen. Äh, hast du denn neue Klamotten gekauft? Warum hast du das getan an deinen alten Klamotten? Fand ich echt super. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir haben den gehabt. Muss man dafür vielleicht doch diese Springen kaufen? Guck mal. Das ist auf jeden Fall zwei Fische am Geländer. Hier, seht euch das an, da. Eine grüne Kiste. Tröpfchen. Sag mal was dazu. War da nicht ein Teich irgendwo in der Nähe von einem der Läden? Ein Teich in der... Viele Läden sind ja noch mal hier. Wie haben wir denn die noch? Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber hier ist noch ein kleines Kind. Bist du eins für wichtig? Oh, jetzt noch ein händlich Pipi-Mann. Ja, aber bitte nicht hier, weil wir stehen auf Wachen und das würde sich natürlich nicht gehören. Ach, hier ist noch mal ein Gefäß. Da muss ich ja einmal rein, also anklicken. Ich weiß nicht, ob es leuchten würde, wenn da der O-Ring drin wäre. Auf jeden Fall haben wir hier genug Wasser, um da mal reinzuschauen. Oh, ein Waffenladen. Ja stimmt, irgendeiner hat auch gesagt, am Waffenladen gab es Probleme. So, König Tom hat immer mit mir und meinen Freunden gespielt, aber er ist schon seit Ewigkeiten nicht nur aus seinem Schloss herausgekommen. Ohne ihn ist das echt langweilig. König Tom scheint es überkehrt zu sein. Und da haben wir auch die letzte Person, die Probleme hat. Und schauen wir mal, ob sie hier den Ring versteckt hat. Ein Weißbrot ist aber auch gut im Kampf. Ja, das gefällt mir auch noch nicht so ganz. Fleißig am Dekorieren, was? Ich sag's ja immer, eine Blume oder zwei, das ist schon der Unterschied. Machen alles gleich viel freundlicher, ja? Ja, nicht schlecht. Gerade eben dachte ich, ich könnte ein paar Blumen gebrauchen, um meinen Hauseingang zu verschönen, nicht wahr? Wirklich? Was für Blumen würden Sie denn gerne benutzen? Tja, ich hätte gerne etwas schön helles und ich brauche frisches Quellenwasser zu begießen. Ja, 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 ich weiß. Kannst du mir helfen? Hast du ein bisschen Zeit über mich? Bitte, bitte. Oh, helf mir, der Kassel. Oh, danke, du bist ein wahrer Gentleman. Gut, kannst du mir bitte zwei Reibenwurzel und zwei frische Quellen, flaschen Quellenwasser? Natürlich. Aber wo finde ich die? Ja, im Laden kann man sowas nicht kaufen. Du musst ein Zügelland danach suchen. Ja, keine Sorge, du wirst die Glitzern sehen. Ich nehme an, du hast außerhalb der Stadt schon Glitzerne-Stellen gesehen, oder? Du solltest sie mir auf jeden Fall genau untersuchen, wenn du welche findest. So wirst du viele wertvolle Gegenstände denken. Ja, eins noch. Wenn du an solch einer Stelle etwas einsammelst, hört sich mir auf zu glitzern. Aber keine Sorge, nach einer Weißerspunkte wieder da, mit einem neuen Gegenstand. Verstanden, vielen Dank. Wir werden die Stadt verlassen und nach diesen glitzernden Stellen Ausschau halten. Dufte, da packt ein glatt die Sammelwut, oder nicht? Vielen Dank. Ihr zwei seid wirklich zu nett. Vielen Dank, ja. So, jetzt... Oh, ich glaube nicht, dass der Hegel da drin ist. Das wäre natürlich nicht gut. Aha, ein Verlies. Boah, natürlich, ein Schlüssel, da muss ich gar nicht dran klicken. Aber was ist das hier hinten so abgeschadert? Der Fisch hier infalliert. Nein, nach links fund ich nicht vorbei. Und einen Hering hab ich dort auch nicht gesehen. Können wir auch mal den Waffenladen besuchen, wenn wir hier alles gezeigt haben. Verzeihen Sie, mein Freund. Ich darf leider keine Waffen und Rüstungen an Reisende verkaufen. Dazu braucht man eine Ausnahmegenehmigung vom König. Hier, mein, ein Kind. Aua, das tut weh. Okay, oh, sieh nur. Das arme Katja hat sich wehgetan. Muss einer der verschollen Kleine von der Dame sein. Sollen wir ihn besser verarzten, was? Oh je, das sieht schmerzhaft aus. Aber was können wir tun, Tröpfchen? Wir haben keinen Erste-Hilfe-Kasten. Mann, Olli. Gedächtnis wie ein Sieben, aber echt. Du bist doch ein Zauberer, oder nicht? Mach's mit Magie, verflickst. Oh, hm, gut. Wie stelle ich das an? Welchen Zauber muss ich benutzen, Tröpfchen? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich sag's nur einmal, okay? Linden an der Hand, Junge. Kapito? Verflickst. Linden an der Hand. Aber jetzt hast du's zweimal gesagt. Autsch, es tut weh. Okay, stillhalten. Ich will nur helfen, okay? Linden an der Hand. Es tut nicht mehr weh. Hurra, mir geht's wieder gut. Hör mal, Kurzer. Deine arme Mutti macht sich Sorgen um dich, verstanden? Hab nach Hause mit dir. Ja, ich verspreche's. Danke, dass du mich gerettet hast. Jetzt geh. Du bist ein Zauberer? Das ist wunderbar. Ja, so. Das ist also nichts Besonderes hier. Oh, so schön. So, da haben wir ein Kind gerettet. Und hier ist eine rote Kiste. Und die können wir das sicher schon abolieren. Du erhältst ein Eichbe... Eich... Ein Eisbäsche. Einen Eisbecher haben wir natürlich erhalten. Und mit diesen wunderbaren Eisbechern und der lindernden Hand auf das verloschonende Kind endet dieser Part hier. Und ich hoffe, ich sehe euch auch beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht, mit Nino Kuni. Macht's gut, Leute. Und dann wird es weitergeht. Und wir werden Ihnen bei uns wieder disappears.